Weisch mit Brothers Presents Koche mit Ludwig und Gilbernd Herzlich Willkommen bei Tim Melzer Ich zeige ihm, wie man Tönegerichtste lecker kochen kann Also wenn du willst, wir haben auch noch Wurst Wurst Alles klar Oh mein Gott, das fasst mich an Äh Wurst 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 Dann gehe ich wieder Oh wie süß Machen wir unser Halschisch wie gemacht Kraminsen Wie süß auf Zwiebel, Hackfleisch und Glinsen Boah, das zieht kärter als Wurst Oh Oh Wurst Wenn das uns mal die Bucki Schmetterlinge mit Elefantenköpfen bringt Wurst Das darfst du jetzt aufheben Ihr werdet heute gegessen Blehnet zwecklos Ich krieg euch ja noch Boah, jetzt mach ich's hier Boah Boah Was haben wir denn bei uns am Ecke? Was soll denn das? Wir sind keine Berliner Ich bin bei allen Berliner Boah Aaaaaaah Boah Wurde die Felste auseinander Er wehrt dich Oh mein Gott Jetzt is er Oh scheiße Tötet Tötet Hab der sich jetzt echt gewehrt? Oh, bist du auch, bist du auch, das ist heiß! Oh mein Gott! Ist mir dann auch aufgefallen! Ey, ich hab mich nicht verbrannt! Alter Schwede! Dann will ich jetzt sein, Juppe! Oh, bist du auch, bist du auch, das ist heiß! Oh mein Gott! Ist mir dann auch aufgefallen! Ey, ich hab mich nicht verbrannt! Wie kam das jetzt dazu bitte? Das wüsste ich jetzt einfach nicht zu gerne! Der Doppel ist hier in den Topf rein! Da wird eigentlich der Reis rein! Aber du schmeißt das zu! Das war heiß! Guck mal hier, fass mal hier an! Nein, ich kenn so einen Topf! Ja, ich wusste nicht, dass das heißt! Ey, ich werde nicht gebrochen! Ich hab bestimmt Verbrennung dritten gerade! Aber du bist ein Land Franziska! Du kannst gar nicht... Ich bin kein Land! Oh, stimmt! Du warst ja ein Nichts! Ich hab ja gar nicht gebrochen! Oh, mein Mann! Ich hab ja gar keinen! Was?! Oh! Es ist feucht! Das ist eklig! Das ist der Musik-Hole-Blues! Das ist der Musik-Hole-Blues! Present! Present!